Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute ein kleines Modpack, was von Black Moon, Sissy und mir auf die Beine gestellt wurde bzw. das Modpack gibt es schon länger. Aber ich habe einen Server angefertigt, wo ich das installiert habe. Ich bin Ben Lasse. Wir sind neun Mann hier drauf. Wir bilden drei Gruppen und wir wollen versuchen in der Galaxie, in der Galaxis, in der Galaxie zu überleben. Und wir spielen Galactic Science und ja, ich entmüde mich jetzt und dann mal schauen, wie wir die Gruppen bilden. So, wir sind jetzt drei Mann auf dem Server gerade. Ich kam gerade. Ich muss nur noch hier. Modpack. Braucht wir. Kann ich wissen. Wie teilen wir uns jetzt auf? Fünf? Sechs? Dann CO2 ist da gekommen. Jetzt sind wir Sechse. Da könnte man schon ein Drei-Dreimann-Team bilden. Ja. Also zwei Drei-Dreimann-Teams. Dann müssen die anderen drei zusammen sein. Also Tyrox, Shadow und Melvin. Ja. Darky? Ja. Okay, ich wollte nur die Stimme hören. Kann ich zu? Wenn man noch jemand anders Darky nennt. Also haben wir jetzt schon das erste Team. CO2, Amy und Darky. Ja. Gut, dann bin ich mit den zwei Mädels zusammen. Eine für die Küche und eine für die Küche. Ich wollte sowieso mit Amy auf jeden Fall in ein Team. Weil ich weiß, dass einige Leute sie nicht aushalten. Hey. Ach. Du bist speziell. Glaubst du jetzt. Wir haben Tiger jetzt übrigens wieder. Ne, nicht hier bitte. Ich hab Aufnahme an. Oh. Sorry. Ich wusste nicht, dass sie jetzt schon an ist. Naja, seit ich auf dem Server bin. Ich weiß ja nicht, dass das Server schon an ist. 18 Uhr. 18.07 haben wir's jetzt. Ja, sorry, ich muss noch ein paar Sachen regeln. Kriegstgefangen und so. Wieso spawnen alle bei uns? Ich hab den Spawnpunkt doch hier hingesetzt. Ja, dann wirst du, ich bin hier gespawnt. Set will spawnen normalerweise. 1.07. Melvin! Ich dachte, wir machen die Gruppen so mit Würfeln und Auslösen. Warum willst du nicht bei CO2? Willst du nie bei CO2 sein? Ne, ne, ne. Daran liegt's nicht. Sondern weil wir ja auch vorher keine Teams machen sollten. Ja, das, äh, bespricht sich ja dann. Das haben wir ja auf dem Server entschieden. Kann man so sehen. Ja. Alle, kann ich schon drauf? Ja, ihr könnt drauf. Wir sind ja hier schon zu viel drauf. Wir warten nur noch auf euch, damit wir wissen, welches Gebäude ihr nehmt. Pink. Gibt's ein pinkes Gebäude? Nein. Oh, wow. Ich hab versucht, alle so gleich wie Skate nachzubauen, aber das war nicht so einfach. Oh, ich hab den falschen Skin drin. Ich bin sofort wieder da. Hast du einen neuen Skin? Ja, vielleicht. Ich hab noch keinen rausgesucht gehabt. Ich hab auch noch keinen. Ich würde wahrscheinlich... Das ist doch sowieso kein AP-Projekt. Ja, aber das Fehling. Nein, nicht für AP. Einfach nur damit es halbwegs irgendein Setting da reinpasst. Okay, ich hab noch meinen Elfen-Skin drin, also... Fähig doch, das macht nichts aus. Was? Ja... Ah, ich brauch nicht lange für einen neuen Skin. Ne, ich warte jetzt einfach bloß. Ich lass jetzt Darky für euch entscheiden, welches Häuschen ihr nehmt. Nein, 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 ich bin gleich da. Okay, 3, 2, 1, zu spät. Hm, wir nehmen das mit dem großen Baum, hier. Bist du dir da sicher? Welches nehmen wir? Warte, ich bin auf dem Server. Hier? Warte, warte, da hinten. Warte, ich guck mir erstmal die Gebäude einmal alle an. Die sehen alle gleich aus. Die sind soweit alle gleich. Der Keller unterscheidet sich bloß ein bisschen, aber es ist alles drin, was ihr braucht. Ja, aber trotzdem. Casey, du entscheidest, welches wir nehmen. Und CO2. Warum muss ich das entscheiden? Denk dran, Regel 2. Ja, aber einfach nur damit wir, wir brauchen nur einen großen Keller für Amy. Ihr müsst sowieso ausbauen, das müssen wir auch, die sind gleich groß gehalten alle. Können wir das Gebäude nehmen? Ja, ich find den hier auch irgendwie, wenn immer der Keller. Okay, okay. Dann nehmen wir... Okay, es geht nicht rein. Mann, es geht nicht, ich guck nicht durch die Tür. Pfff. So, und ich guck jetzt eben schnell nach dem Skin. Und ich muss jetzt meine Tastatur jetzt mal umlegen. Dann nehmen wir das, Jun. Jupp. Ja, ich bin auch da. Ich hab euch verlaufen. Ach, da. Bitte an einem was denken, die Tür nicht personalisieren. Okay. Okay. Äh, ja. Melvin, du musst auf deine zwei Kameraden noch warten. Ja. Die sind irgendwie noch nicht hier dabei. Ähm, CO2 und... Äh, nicht CO2. Ähm. Sag schon. Tyrax und... Shadow. Genau. Aber du kannst schon mal anfangen. Ihr nehmt das Gebäude da drüben. Okay. Okay. Und... Ja. Viel Spaß. Oh, danke. Äh... Äh... Hier fehlt was. Achso, ihr könnt euch auf die Channels unten aufteilen. Ich hab für jede Gruppe einen Channel angelegt. Okay. Okay. Ähm. Ähm... Ich teile euch mal auf. Sind wir Team 3? Ich komm nicht aus. Verschiebt ihr mich? Ja. Und Ducky... Und... Melvin kann ja soweit bleiben. Einfach mal bei uns bleiben. Also... Was? Was? Ähm... Hatten wir nicht mal Achtung noch? Ja. Solange die anderen noch nie da sind, kannst du noch bei uns mit dem Channel bleiben. Ja, okay. Dann bin ich nicht allein. Jo. Ähm... Gut. Erste Quest erledigt. Aber irgendwie... Ich krieg den Stern da nicht rein. Da fehlt ja auch was. Da fehlt dieser, äh... Halter. Das mein ich, was fehlt. Äh... Ich werfe mal draußen die Questbücher weg. Ähm... Äh... Das... Ist... Und dann... Soll ich da beim Questbuch auf Start klicken? Ja. Finde ich... Versuch dich mal selber damit zurecht zu finden. Nur wissen, ob ich es darf oder nicht. Ja, natürlich. Du kannst die Quests claimen. Star Container. So. Und wenn wir dann... Ähm... Strom... Der hier irgendwie nicht ankommt. Damit wir Luft haben. Hilfen hat. So. Produziert... 20 RF pro Ticker. Pass auf, der Stern zieht dich an. Das ist halt ein richtiger Stern. Ja, ich... Ich merke's. Ähm... Ja, du müsstest dann eventuell nochmal ganz kurz hier unter die Erde gucken, weil irgendwie kommt hier kein Strom an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier was falsch gemacht hab. Ich... Ich... Ich hab den Stern auch rausgenommen. Es geht hier rüber und die Bank... Es sind... Es ist eigentlich alles richtig. Ähm... Machen wir das mal so. Insert... Und da drüben, wenn er mich ranlässt... Er lässt mich nicht ran. Guck du mal, dass du dort Extract anmachst. Unter dem Stern. Und... Oh, das ist aktiv. Nicht, dass ich... Warte mal ganz kurz. Jetzt müssen wir mal kurz was testen. Guck. Ähm... Kommt nichts an. Mh... Haben wir den vielleicht falsch gesetzt? Ähm... Weil... Wir sind ja in irgendein gefertigtes Haus, was ich gebaut hab. Kann es sein, dass ich den falsch gesetzt hab? Warte mal, Maven hat ja das Original Haus. Hm? Ähm, Maven, wir müssen mit dem... Ja. Sonst haben wir keine Luft. Ähm... Ich guck da mal weiter hier. So. Weil hier kriegt der auch keinen Strom. Auch nicht. Das kann doch sein. Extract always active. Nee, die... Kann... Hast du den... Hol mal bitte deine erste Belohnung ab und... Habe ich schon. Und setz den Stern da mal rein. So. Jetzt... Boah, ich werd angezogen. Äh... Ja, weil's ein Stern ist. Ah. Äh... Ich muss mir die Zahn so kurz ein Stück da oder machen. Ja, der erste nimmt Strom, aber der nächste dann nicht mehr. Ich komm mal kurz rüber. Ich... So. Für Storage. Hier ist alles drinne. Hier auch. Also das erste nimmt Strom, das nächste dann nicht mehr. Nee, die nehmen beide hier Strom. Die haben beide Strom drinne. Die zwei Maschinen. Echt? Ja. Ja. Okay, bei dir... Hier nehm's, weil... Ja, doch jetzt nimmt er hier auch... Das ist eigentlich genau dasselbe. Ich baue das danach wieder. Äh... Es geht dann hier hin und dann darüber. Das ist wie bei uns halt. Ja. Ist aber merkwürdig. Äh... Ne, und zwar... Ach, so? Nein. So. Okay. Also bei dir klappt's. Ähm... Wir kriegen keinen Strom. Ich guck mal kurz bei denen, äh, hier drüben. Ja. Wir haben den Stern noch nicht drüben. Licht anpassen. Ach so, wenn du die Quest abgibst, ähm... Cassie, kriegst du... Ich geh mal kurz zu denen. Soll ich's mal essen? Inwiefern abgeht? Also Location, Task, oder wie? Ähm... Inwiefern abgeben? Ja, du musst die Quests einlösen. Du gehst, ähm... Machst das Questbuch auf. Ja. Dann hast du auf der linken Seite Quests, dann hier in schwarz, blau, grün, nochmal blau und pink. Ja. Dann klickst du da runter auf Click Her to Show Quests. Ja. Dann in der ersten, äh... A Wool New Moon klickst du drauf. Ja. Dann rechts auf Open. Und dann kannst du schon die erste Quest, die rot ist, ähm... Abgeben. Und dann kriegst du dann... Und da... Ja, wie... Wie gebe ich den ab? Was muss ich dann? Location, Task, oder Claim, Reward? Claim, Reward. Aha. Okay. Ganz kompliziert. Pschu, 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 pschu. Nein, es kam kein Zapling raus. Ernsthaft? Scheiße. Ähm... Ja. Gut. Ja. Das ist gerade mies. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der hat die, äh... Den, äh... Den... Speicher da nicht gescheit erkannt. Und bevor, warum hab ich... Drei Questbox? Ja, die kriegt irgendwie jeder zum Anfang. Ja. Aber jetzt kriegen wir auch Strom. Sehr schön. Aber wir haben bei unserem Baum kein Zapling rausgekriegt. Oh. Oh, oh, da seh ich sie doch schon fliegen. Ja. Ich stibitz mir... Zwei. Den Apfel darfst du behalten. Ja. Das war so in etwa, ja. Das, 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 das weg. Ähm... Und so. Äh... Jetzt kriegen wir auch Sauerstoff. Gut. Was ist denn mit der Amy los? Die kommt und geht. Hm. Oh, ich könnte die ersten Schimikalien herstellen. Ähm... Wollen wir... Äh... Sag schon. Eine, äh... Eine Party gründen, oder? Können wir gerne machen. Also, ich hab da nichts dagegen. Äh... Haben wir dann nicht alle Erfolge gleich? Was? Ich glaub schon. Weil so haben wir jetzt... Jeder hat einen Stern gekriegt, was vielleicht sogar praktisch ist. Ja, dann... Machen wir jeder einzelne. Das können wir ja im Nachhinein immer noch... Ne? Äh... Wie war das nochmal? Nein... Jetzt hab ich was eingesammelt. Ähm... Ja... Okay, wir brauchen... Äh... Ja... Ex nihilo läuft noch auf der alten Version. Da brauchst du direkt die Mashes mit dazu. So... So... Das sind Lufttanz... Das ist Essen... Ich lass mal meine zwei volllaufen... Und lasse immer einen... Dass wir... Okay... Dann lass ich den verlaufen. Äh... Wie genau fülle ich diese Heavy Ox... Das musst du dann da unten... Äh... Unten rechts rein tun. Lass ich jetzt... Noch genau. Aber da reicht... Bei... Bei dem Block hier... Bei dem Block hier... Ach so... Okay. Wenn einer leer ist und der zweite nur halb voll, reicht das vollkommen aus, dass du dann den ersten voll machst. Okay. Weil du kriegst dann der Ehen-Quest nochmal Heavy... Tanks. So, jetzt müsste man warten, bis die Bäume gewachsen sind. Ich hab vier Crooks... Ich guck jetzt mal... Ähm... Ne... Das ist Open Computer, wo brauche ich erst einmal... Ne... Wirkst ihm ist leider nicht drauf, schade. Mhm... Mhm... Habe ja auch grad schon versucht. Also der eine hier ist voll, ne? Ja, dann kannst du ihn rausnehmen und wieder in deinen Inventar reinlegen. Also dieser wird gehört aber einen von euch. Ne, den nehmen einfach. Okay. Dann tauscht dann aus. Wir brauchen hierfür noch ein Buch, so wie es aussieht. Ach ne, das stimmt nicht. Ich weiß, das ist mein Schirm. Das ist ein bisschen kompliziert. Der Stern ist gut. Den hab ich noch bekommen. Ähm... Hast du jetzt den halbvollen Tank hier reingelegt? Ja. Lass den doch unten voll laufen. Ja, da ist grad was drin, deswegen hab ich den da reingetan. Ach so. Na, dann müssen wir da unten auch noch eine Kiste für die Dinger machen, weil wir haben ja jeder jetzt nochmal zwei extra Tanks bekommen. Ja. Und die können wir da unten eigentlich sammeln. Okay. Haha. Tschüss. Haha. Em I'm Drugs. Ja. Hahaha. Äh... Mhm. Ja.